Okay, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen ganz kurz zu diesem Infovideo zu Minecraft Story Mode. Ihr fragt euch sicherlich, ähm, warum Infovideo zu Minecraft Story Mode? Es gibt technische Probleme. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ab hier ist das Game tot. Ich bin jetzt, also ich bin gerade direkt im Anschluss an der letzten Aufnahme und bin seit 40 Minuten, ihr habt das Spiel zweimal schon neu gestartet und bin halt jedes Mal hier und hier geht es nicht weiter. Das heißt, an der Stelle, ähm, werde ich dann dieses Kapitel einfach skippen und wir werden dann mit dem 8. weitermachen. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschiu, epischer Übergang. So, und jetzt aber wirklich, möchtest du die Episode wirklich starten? Ja, weil sie siebte, funktioniert leider nicht. Aber wir können gucken, was passiert wäre. Wir haben eine andere Rüstung. Achso, das ist allgemein. Okay, das ist das, was allgemein passiert ist. Coffee сказала. Your bravery is an impressive quality. Ich bin überfordert wie sonst was. Wir hätten den Computer sehen können. Mann, 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 warum funktioniert das nicht? Okay, aber, auch wenn wir das nicht gesehen haben, hoffe ich, dass die 8. Episode auch gut wird. Warum sind wir diese Treppen vorher noch nie hochgegangen? Ivor! Okay, dann schade, dass wir das nicht gesehen haben, falls ihr euch das angucken wollt. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung einfach ein Walkthrough zu Kapitel 7 von irgendeinem random Typen. Schaut da auf jeden Fall rein, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Zu mir leid, dass ich das nicht kann. Nachher vergesst ihr auch, um das Walkthrough zu verlinken. So, wir haben das Redstone-Herz, so wie es aussieht, hier eingefügt. Und damit hat sie wahrscheinlich die Treppe geöffnet. Auf jeden Fall, wir machen jetzt einfach weiter. Warum wir auf einmal eine lilane Rüstung haben? Ich weiß es nicht. Sieht aber sehr stylisch aus, muss ich sagen. Äh, ja. Lass uns zusammenbleiben. Ich glaube, das wäre vielleicht eine gute Idee für den Start, so in meinem Team bleiben. Auf keinen Fall trennen. Das machen die immer sonst in Filmen und dann sterben alle. Nicht gut. Das ist so cool. Also das sind die Leute, die das halt alles erbaut haben. Das sind die alten Erbauer. Old Builders. Oh, ist das hell. Das ist jetzt aber ein bisschen seltsam. Es ist toll, nach Hause zu kommen. Also wir hatten einen ultra-aggressiven Computer. Wie cool ist das denn, Mann? Das hätte ich so gerne gespielt. Gerade, dass das nicht funktioniert. Das ist ein Witz, oder? Das war gar nicht das, was ich sagen wollte. Ich kenne die siebte Episode nicht. Entschuldigung. Ja, okay. Ich sollte vielleicht so antworten, wie ich denke, dass ich antworte. Das wäre einfach, als wäre der siebte Teil nie passiert. Du helfst uns aber schon, oder? Du tust uns schon helfen. Ja, möchte ich auch gerne wissen. Danke. Oh, keine Ahnung, was passiert ist. Sie verbirgt irgendwas. Sie wirkt ein bisschen zass. Das schon. Aber ich weiß ja nicht, dass ihr unser Leben gerät habt. Dementsprechend antworte ich das nicht. Und außerdem zieht das gerade total viel Performance. Keine Ahnung, was der gerade rennt im Hintergrund. Oh, die hat das auch gehört, was wir gesagt haben. Ah, vielleicht ein bisschen problematisch. Klopf, klopf. Wer ist denn da? Oh, es ist hell. Genauso wie mein ganzes beleuchtetes Studio. Ihr seht es aber nicht, weil das meiste wird wieder ein bisschen dunkler gemacht. Aber ich bin sehr geblendet. Ihr seht es ja an manchen Stellen, es ist wirklich weiß. Also, ähm, Spleave ist ein mega, mega altes Konzept. Heißt das Spleave? Ich glaube schon. Es ist ein bisschen arg veraltet. Einfach in Bewegung bleiben. Let's go. Ich bin richtig ready. Wir laufen. Spleave, ich wusste. Hat der gerade Gesundheit in Deutsch gesagt? Der normale Mensch sagt doch bless you. Also im Englischen. Oder bless, pleasure, bless, wie auch immer. Ach du meine Güte. Hadiaha. Oh, wir haben damage getaked, okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir dürfen nicht sterben jetzt. Bitte sag nicht, wir müssen uns entscheiden. Ivor. Ich hole Ivor. Weil das letzte Mal haben wir Petra gerettet, als so eine Entscheidung war. Nein! Petra! Lukas! No, 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 no! Das ist, no! Das ist unmöglich! Wow, no way, dude. Ich habe ein Double. Nein! Hey, hey, whoa! Das ist ein Verständnis, dude. Was hast du? Hey! Luzing Weapons ist gegen die Regeln! Regeln? Also, 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 this is Minecraft. Stop the match! Not since the days of Tim have we seen such heated play. That's totally against the rules, right? Yeah, I didn't think we could throw TNT back at the Gladiators. Nice one, brah. You are an incredibly horrible individual. You just killed our Companion! Whoa! Ja! Dude, dude, no! Stop! I can tell you, dudes are all angry and I totally feel that by the promise. Ey, ihr habt, ihr habt Petra und Lukas getötet. Das ist doch kein Problem. Yes, we are the ones in charge here. And we have never had to stop a match. Ever! It definitely is strange, Mavia. What is going on here? I want an explanation. Immediately. Ohhhh, ufff! Ey, doch kein Bad, was heute ist. Das wird eine Reconfigurung der Staten, sicherlich. Meine Freunde sind tot, ihr habt sie töten! Warte, warte, warte! Und das ist, warum ihr unsere Spielsverlust verletzt? Ja, komm mal, jeez, wie schade bist du? Ach, lashing out, just because your friends were eliminated. Kind of sore loser behavior, don't you think, Sport? It is part of the games. Oh, you can't be serious! Hm, as serious as that... Ich bin jetzt mal sehr aggressive. Oh, okay! Wir gehören doch nicht mehr zum Game, hä? Hä? Ich sag denen, das ist uns Gesicht in der Ordnung, sie glauben es einfach nicht. Ja? Ja, du und alle anderen hier, Pip-Squeak. Du weißt, was du bist, Champ? Du bist nur ein kleiner Gait-Crasher. Und was machen wir mit Gait-Crasher? Kill'e und send'e zu den Models. Geh' los, Muscles! Jesse ist mit mir! Well, wenn es nicht schwierig ist, muss ich sagen, dass diese Reconfigurung nicht erwartet ist. Taviyat. You're telling me, I'm here for Jesse. Wingsda-team. Taviyat. Taviyat. Why do you think Harper brought you here? My bet's on pet. That'd be pretty cute, right? Oh, 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 oh! Der versucht, nach Hause zu kommen, hä? Ist das so verwerflich? I just want to get our friends and go home. Sorry, Chief. But this is your home now. Might as well get comfy. No way. We've been lost in your stupid portal hallway long enough. We're going home. Meaning, you need my Atlas. Very interesting. Oh, that's all well and good, but I'm confused. Ich hab' keine Ahnung, was der von mir will, was für'n Astlas er will. Ich hab' die siebte Episode nicht gespielt. Mann! Wie kann ich dich umstimmen? Oh, that'd be hard, because see, I could be watching Slams Squash you right now, which would be highly entertaining. Squash! I love it when he does that. What could you possibly offer that's better than that, Slugger? I doubt you'd have anything that would interest us. Oh, send them to the mines. They're cheaters. Let's make their lives miserable. For fun. This is not against the rules. Technically, they are still, I present, the Eversource crown. Wait, why do I recognize that? Oh, that's the crown we put on the Eversource chicken, so we'd be able to tell them apart from the regular chicken. Oh, that was a good party, huh? Sadly, not exactly valuable. Okay. I don't deserve to be here, Hadrian. It's about a white pumpkin. Oh, wow. I haven't seen one of those, since Cassie left. It's up! Ey, was? I mean, nightmares. Oh, yikes. Is that who you got that from? I don't know what she told you, but those things aren't exactly valuable. They haven't been eliminated. Therefore... What about this? I present... The Redstone Heart. Huh. Seems like only yesterday someone took off with that and vowed never to return with it. Oh, but I didn't bring it back. Jesse did. Das ist eine gute Ausrede. Ich war es nicht, der war es. Es könnte be, äh, pretty dangerous, if you don't know how to use it. Hä, 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 Harper. Wie sieht es denn mit unserem Deal aus, das Meister? Ich bin kein Fingern auf das Ding, bis du hattest meinen Freunden. Ich bin kein großer Fan von der Haggling, Jesse. Hier ist die, wie meine Offen funktioniert. Ja. Lass uns mal ein bisschen falschen. Okay, okay, fine. I can always appreciate someone trying to be reasonable. Well, you need the Atlas. And I need competitors. After your unexpected intrusion, I seem to be short a team. So how about this? You play in the games. If you win, the Atlas is yours to keep. It's a good deal, Jesse. Trust me. Everyone enjoys these games. It really does take a big person to admit when they've met their match, right, Hadrian? Yeah, that's right. Slugger. I'll play these games. Bring it on. Okay. Well, I guess we have a deal then. Gravel. All right, then. I suppose we can carry forward with the official event. I think that's fair. Well, I think that's fair. Sure thing. Also, erstmal ist mein Stuhl gerade runtergerutscht. Perfekt. Das war dein Plan. So. Ganz kurz. Erstmal wieder richtig hinsetzen. John, lass uns halt mal an den Games teilnehmen. Warum denn auch nicht? Ja, also. Ja. Äh, also. Ja. Ich hab so das Gefühl, wir könnten diese Games auf jeden Fall gewinnen. Das glaube ich nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist mehr dieses, wie wir diese Games gewinnen. Aber wir gehen jetzt mal nicht direkt von Cheaten aus. Ja, weil wir haben es gewinnt. Oh, Terror Games Present. Jetzt startet die Story, richtig? Sehe ich aber auch so. Das kann so nicht aufgemacht werden. Okay. Ich bin noch ein kleines bisschen überfragt. Das ist furchtbar. Horrible. Aussagekräftiges Wort. Der Schaufelplanet. Hey, was ist denn das auch für Namen? Das ist ja technisch. Ich bin noch ein kleines bisschen überfragt. Daher haben sie ein kleines Spiel gemacht. Ja, das ist Wunsch. Das ist ja gut. Das gilt für Menschen. Ich bin noch ein kleines Spiel. Das ist ja, wenn ich die Spiel gemacht habe. Das ist ja, wenn sie enden. Ja, ja, hat er gesagt, in die Mienen. Ich hab gedrückt, rechts. Zweimal, hat nicht angenommen. Im Übrigen, ich hab'n wunderschönen neuen Controller in Weiß. Mhm, aha, uhu, fokus, fokus, herkischön, okay, jetzt, wir gehen einfach in dieses Portal. Tschüss, Meister. Aha, da ist unser nether Portal. Facemeet. Mach das nicht. Um, hallo? Nicht hallo, Facemeet? Wait a minute, you're the cheater that blew up my friend's lab. And Facemeet doesn't like cheaters. Don't stand around breathing up all of Facemeet's air. Facemeet prefers to eat free air. What do you even do around here? Facemeet cracks skulls and things about cracking more skulls. When Facemeet has time, that is. Do you know where my friends are? In the minds. Duh. And they're not going anywhere. Not on Facemeet's watch. That doesn't mean just stand there. Staring at Facemeet. Please, pretty please let them go. Facemeet knows not to take prisoners out. Oh, but giant eyes. Oh, God. Well, there is something you can do. Facemeet was busy slamming mad reps at the gym and miss lunchtime. Okay, then... Der ist viel zu einfach zu überzeugen, meiner Meinung nach. Ihr solltet vielleicht eine neue Wache anstellen. Aber nun gut, dann lass uns mal weiterlaufen. Ich rede jetzt nicht mit euch allen. Der ist hier im Training Nieren. Im Gelb fühle ich jetzt nicht so. Slap. Blöd. Ich mag ich auch nicht. Hey, that's Lucas's journal. You say something tiny, cause I'm trying to read here. That book you're reading? Hand it over. It doesn't belong to you. Eben. Wow. Oh, that was so scary. I almost fell over. Warum ist der eigentlich so ein Eisengolem? So breit wie so ein Eisengolem? Wieso? Axel war ja auch so. Beziehungsweise, wo ist der eigentlich? Den haben wir zurückgelassen. Oh, das hat Safety Story so richtig krass verändert. Gib es mir. Ja, hand it over, Meathead. And slap. The Immovable. Get out of here before I use this book to punch your face in. Fine. I just want to get through one more chapter. Ich mag dich auch nicht. Ja, bis... Siehst du nicht gerade vertrauenserweckend aus, Meister? Das Team Lila. Das Team Lila. Da gibt's ein Boot. Da ist Ivor. Mit dem reden wir. Komm. Guten Tag. Wie geht's dir? Also, ich fand die Spiele eigentlich gar nicht so cool. Ich finde Spleaf ist ein zu alter Modus, der sollte gelöscht werden. Wenn die jetzt Bad Wars spielen wollen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Aber nicht mit den God Fast Bridgern. Auf keinen Fall. Die können einfach God Bridgen und das nach unten. Also eigentlich unmöglich. Aber die können das. Einfach Magier. Geh mal weiter. Oh, er ist weg. Magie. Man, Ivory, you're a creepy guy. Team Blau. Die Nummer 1, also. Wie geht es dir? Oder ist er einfach nur ein Fanjob? Wow. Everyone seems to love this Tim guy. Tim, wie geht's dir? Bist unsympathisch. Ähm. Wir reden nochmal mit Facemeat. Ja. Da war ja was. Den Bananini. Wir holen jetzt erstmal was zum Essen. Was war hier? Bei Klatsch. Bei Klatsch. Bei Klatsch. Okay, wir asken erst mal Team Lila. Ich hab da nicht drauf ge... Warum sind mir alle so schlecht gelacht, wenn wir gerade schon beim Talken sind. Hast du meine Freundin gesehen? Und was machst du hier so? Okay, sehr... Box, ich würde sagen, wir machen heute eine etwas längere Folge. Dafür aber schauen wir uns hier so ein bisschen um. So, und du, Meister, bist du immer noch gewesen. Can't you see, I'm trying to read? Sheesh. Huh, sorry. Wie noch mal Talken kann, ich bediene mich. Team Yellow. Was geht denn bei euch? Ich bin besser als Tim. Ich bin's, Jesse. No way. No one is like Tim. Much less better than him. Here's the secret. We are all just trying to be like Tim. He's perfect. Okay, I'll leave you to it then. Also, in, in, ähm, Gedöns, Dingsbums. Impressive. In, ähm, dem Feuerwerkssimulator. Feuerwerksmania. Da ist es im Bereich des Möglichen, dass Tim die krasseste Bombe von allen ist. Aber nun gut. Blockfu-Dojo. Ah ja. Wollte das nicht. Wir fangen mal ganz lieb an. Wenn sie nicht will, dann sind wir wieder böse. Next round. If I don't get you, one of the Gladiators will. Wer sind die Gladiators? So you wouldn't know. But the Gladiators are strange for everything. They are completely under Hadrian's control. Please, they don't seem so tough. Then you haven't been paying close enough attention. Or you're cocky. Oh, wir sollten nicht so rumlaufen, like, oh, wir sind der Beste. Ich, wir werden, also, wir werden sowas von fertig gemacht. Ja, ich sag's euch. Das ist meine jetzige Prediction. Ja, ich sag jetzt nichts mehr. Ja, well, good luck with getting home. Holz. Wooden Planks solid. Das Spiel beginnt und es bekommt ein Thema. Ich und mein Holz. Wenn wir da lang gehen, kommt er wieder? Hm? Oder halt ein anderer von ihm? Okay, als nächstes... Ja. Neil. Es geht, Meister. Wow. It's you from Spleef. You were like amazing. I'm Neil. And I am so super sorry about your friend. I get your props upset. Especially since you had no idea what was going on. Ja, war ziemlich nervig, muss ich schon sagen. Also, das kann man so ja nicht machen hier. Das ist kein gescheites Spiel. I will never do that to one of your friends again, because I do not want to be on your bad side. I gotta say, you keep playing like that and you'll be like Tim status. Ey, dieser Tim. Meine Güte, ey. Ja, ich gewinn doch sowieso. Ich bin doch ein Profi. Sehr schön, dass du keine Zweifel daran hast, aber je mehr die Leute über Tim reden, desto mehr habe ich das Gefühl, wir werden die Spieler auf keinen Fall gewinnen. Aua. Ja. Was? Facemeat hat Hunger. Leute, wenn ihr bis zu der Stelle der Folge geguckt habt. Hashtag unauffällig. In die Kommentare. Bitte. Auf geht's. Das sollte man genug für die Pfanne sein. Alles? Natürlich, Broth, wird wiederquen. Ja. Nur, um, die Farben, ja? Abba. Eine. Wie ich gehst. Und das ist eine andere. Da kommen doch mehr als nur eins raus. Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass aus einem Walz eins rauskommt. Das lohnt sich ja dann gar nicht. In Minecraft meine ich jetzt. Ähm, hast du noch ein Crafting Table? I need one. Die sind heller. Oh mein Gott, dass mir das nicht aufgefallen ist. Natürlich, die sind heller. Dann lass uns die mal kurz abbauen. Die sind heller, die haben einfach eine andere Farbe. Das ist kein normales Holz. Im Sprichwort können wir die abbauen. Überhaupt nicht auffällig. Das war jetzt eher unnötig, diese kleinen Sequenzen. Ähm, gut. Ähm, Brot. Okay, perfekt. Ich lass mir die Rezepte ungerne anzeigen. Meister, ich hab Brot für dich. Du? Ey, pst. 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 Ich hab Brot für dich. Das darfst du aber niemandem erzählen. Ich hab Brot. So, aber das Brot, das gibt's schon sonst. Okay. Hallo. Alvor. Hm, danke schön. Ihr sind mittlerweile Freunde geworden. Auch wenn du früher noch den Wither gespawned hast und damit eigentlich die ganze Menschheit ausgelöscht hast fast. Wir sind Freunde. sehr glücklich für dich, ist es? Ich bin glücklich, dass du mit mir gearbeitet hast. Ja. Ich auch, Freund. Hier. Oh! 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 Jesse. Mann, ist es gut, dich zu sehen. Du auch, Lucas. Jesse! Okay, es sind beide da. Ähm, was ist mit der Rüstung? Fragezeichen? Es sind nur Spiele. Würde der normale Mensch sagen. Nope. That is not a thing I want. Hey, Jesse! I need to talk. Tja. Das ist sein Problem. Der gehört nicht zum Team. It's pretty bad in there, Jesse. They don't even do anything to keep the pigmen away. So they just... Wir werden gewinnen. Weil wir sind Pröfis. Wir sind Pröfis. Wir sind die, die Team. Das ist wahr. Er ist all die Talk about in the Mines. Ich glaube, er hat die Spiel ein lange Zeit gemacht. Er hat alle Team nach Hause gewonnen. Ich sage, er war drei Blöcke groß. Und er hat seinen ganzen Team über die Finale gebracht. Tim sieht fantastisch. Also, du bist aus diesen Mines. In der Harper, bis unser gesamtes Team ist verletzt, du kannst hier in der Stadt. Das stimmt. Ihr Freunde nicht mehr nach den Mines gehen. Ich bin wirklich nicht so, Entschuldigung. Also ist er auf unserer Seite? Ja, also... Maybe. Ich bin besser als Tim. Ich weiß es nicht. Ich bin auch unschlüssig, was ihn angeht, vor allem wegen... Weil er war ja vorher so dabei, so. Aber nun gut, mal schauen, wie sich das Ernst entwickelt. Und ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle hier aufhören. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das doch... Kann ich pausieren? Zeigt das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Bis dann und... Ciao, ciao, Leute!